Reverse Mordgages, wie sie ihr Eigenheim nutzen können, um ihre Rente aufzubessern. Umkehrhypotheken sind ein zunehmend beliebtes Finanzprodukt für Rentner in Deutschland, die ein Eigenheim besitzen. Diese Art von Hypothek ermöglicht es Hausbesitzern, auf das Eigenkapital ihres Hauses zu zugreifen, während sie noch darin wohnen und bietet ihnen so eine Möglichkeit, während ihres Ruhestands ein Einkommen zu erzielen. Eine Umkehrhypothek ermöglicht es dem Hausbesitzer, das Eigenkapital seines Hauses zu beleihen. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Hypothek muss der Kreditnehmer jedoch keine monatlichen Zahlungen an den Kreditgeber leisten. Stattdessen zahlt der Kreditgeber dem Kreditnehmer einen Pauschalbetrag oder monatliche Raten auf der Grundlage des Eigenkapitals des Hauses. Das Darlehen wird zurückgezahlt, wenn der Hauseigentümer verstirbt, das Haus verkauft oder endgültig auszieht. Die Aufnahme einer Umkehrhypothek als Rentner in Deutschland hat mehrere Vorteile. Einer der größten Vorteile ist, dass sie eine zuverlässige Einkommensquelle im Ruhestand sein kann. Dies ist vor allem für Rentner wichtig, die nicht über große Ersparnisse oder einen Rentenplan verfügen. Mit einer Umkehrhypothek kann der Hausbesitzer auf das Eigenkapital seines Hauses zugreifen, ohne es verkaufen zu müssen, und so sein Einkommen aufbessern, während er weiterhin in seinem Haus lebt. Ein weiterer Vorteil einer umgekehrten Hypothek ist, dass sich der Kreditnehmer nicht um die monatlichen Zahlungen an den Kreditgeber kümmern muss. Stattdessen wird das Darlehen zurückgezahlt, wenn der Kreditnehmer das Haus verkauft oder verstirbt. Dies kann eine große Erleichterung für Rentner sein, die über ein festes Einkommen verfügen und möglicherweise nicht die Mittel haben, regelmäßige Hypothekenzahlungen zu leisten. Allerdings hat die Umkehrhypothek auch einige Nachteile, die Rentner in Deutschland kennen sollten. Einer der größten Nachteile besteht darin, dass den Erben des Kreditnehmers beim Tod des Kreditnehmers möglicherweise weniger Eigenkapital im Haus bleibt. Dies liegt daran, dass das Darlehen aus dem Verkaufserlös des Hauses zurückgezahlt werden muss, sodass den Erben des Darlehensnehmers weniger übrig bleibt. Außerdem können sich die Zinsen für das Darlehen im Laufe der Zeit anhäufen, was bedeutet, dass der geschuldete Betrag während der Laufzeit des Darlehens erheblich ansteigen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt für Rentner in Deutschland, die eine Umkehrhypothek in Erwägung ziehen, ist, dass dieses Produkt stark reguliert ist. Dies liegt daran, dass es sich um ein komplexes Finanzprodukt handeln kann und es Fälle gegeben hat, in denen skrupellose Darlehensgeber schwache Kreditnehmer ausgenutzt haben. Rentner, die eine umgekehrte Hypothek in Erwägung ziehen, sollten mit einem seriösen Kreditgeber zusammenarbeiten und sich von einem Finanzberater oder Rechtsanwalt beraten lassen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Umkehrhypothek für Rentner in Deutschland, die ein Eigenheim besitzen und nach einer Möglichkeit suchen, ihr Einkommen im Ruhestand aufzustocken, eine sinnvolle Option sein kann. Es ist jedoch wichtig, die möglichen Vor- und Nachteile dieser Art von Darlehensorgfältig abzuwägen, bevor man eine Entscheidung trifft. Rentner sollten mit einem seriösen Kreditgeber zusammenarbeiten und sich von einem Finanzberater oder Rechtsanwalt beraten lassen, um sicherzustellen, dass sie die Bedingungen des Kredits und die damit verbundenen möglichen Risiken vollständig verstehen.